Bibelferse für Kinder erklärt Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 Katharina, geh dir schon mal die Zähne putzen, ich bin gleich bei dir, ruft Mama aus Benjamins Zimmer. Und pack auch gleich deine Schultasche, ruft sie noch hinterher. Katharina überlegt, was sie alles braucht. Glücklicherweise konnte sie den dicken Atlas in der Schule lassen, so wird die Tasche morgen nicht ganz so schwer. Ah, da ist sie ja schon, die Mama. Hast du eigentlich den Bibelferst für die Kinderstunde schon gelernt? fragt sie, als sie sich an Katharinas Bettkante setzt. Klar, antwortet Katharina und rappelt sofort los. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 So wie du eben den Vers runtergeleiert hast, da könnte man denken, du hast ihn nicht verstanden, sagt Mama. Nee, nicht so richtig. Katharina fängt an zu gehen. Mama lächelt Katharina freundlich an. Was hast du denn genau nicht verstanden? Naja, zum Beispiel in der Finsternis wandeln, antwortet Katharina. Wandeln heißt, jetzt überlegt die Mama, also wandeln heißt, sich langsam fortbewegen. Kennst du den Ausdruck, der ist ein wandelndes Lexikon? Das meint eine Person, die alles weiß, was man sie fragt. Dabei ist sie mal zu Hause, mal auf der Arbeit, im Bus und überall, wo man sie fragt, weiß sie was Vernünftiges zu antworten. Ich bin ja jetzt auch zu Hause und morgen in der Schule, wirft Katharina ein. Genau. Und der Herr Jesus war noch viel mehr als ein wandelndes Lexikon. Er kannte die Propheten, die fünf Bücher Mose, die ganzen Geschichtsbücher und die übrigen Geschriften, also das, was wir heute als altes Testament haben, erklärt Mama, während sie ihre Bibel im Johannesevangelium aufschlägt. Der Herr Jesus sagt den Juden, dass sie, wenn sie ihm nachfolgen, nicht in der Finsternis wandeln. Damit sagt er, wenn sie ihm nicht nachfolgen, dann wandeln sie in der Finsternis und das ärgert sie. Die Juden, mit denen er sprach, waren ja selber sehr gebildet und stolz darauf, dass sie Juden waren, also Nachkommen von Abraham. Und der Herr Jesus, der kam aus Galiläa, da wurden viele unterschiedliche Menschen, nicht nur Juden. Deswegen haben sie schlecht gedacht von Leuten, die aus Galiläa kamen. Sie haben den Herrn Jesus richtig angegriffen, weil er ihnen sagte, dass Gott sein Vater ist, aber nicht ihr Vater. Das verstehe ich nicht. Katharina ist darüber ganz traurig. Die Pharisäer wollten ihn sogar gefangen nehmen lassen, aber die Tempelpolizisten trauten sich das nicht. Oh, da waren die Pharisäer verärgert. Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Haben sie die Tempelpolizisten angeschnauzt? Und weißt du, was die Tempelpolizisten geantwortet haben? Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Mama, ich möchte so gerne den Herrn Jesus auch mal reden hören. Katharina ist jetzt ganz ergriffen. Erzähl weiter. Na gut, dann sag nochmal den Vers, aber vielleicht ein bisschen schöner als vorhin. Okay. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12 Mama denkt kurz nach und dann fährt sie fort. Also, wir waren stehen geblieben, wo die Tempeldiener oder besser die Tempelpolizei sich nicht traute, den Herrn Jesus gefangen zu nehmen. Da meldet sich Nicodemus zu Wort. Das ist der, der den Herrn Jesus in der Nacht einmal besucht hat. Erinnerst du dich? Seit wann verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört hat und seine Schuld bewiesen ist? Fragt er. Darauf können sie nicht antworten und so spotten sie. Bist du etwa auch aus Galiläa? Aber wieso, sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt? Fragt Katharina. Ich könnte mir denken, dass das mit dem Laubhüttenfest zusammenhängt. Das haben sie sieben Tage lang ausgiebig gefeiert. Es war das Fest des Regens, der Oliven- und Traubenernte und es erinnerte das Volk Israel an die Zeit, in der sie in Zelten wohnten, damals in der Wüste, als sie aus Ägypten zogen. Zum Laubhüttenfest bauten die Menschen auf den Dächern der Häuser Laubhütten und wohnten während des Festes darin. Das war für Kinder bestimmt richtig spannend. Am letzten Tag wurde der Tempel hell erleuchtet. Der Tempel stand ja auf einem Berg. Und so konnte man ihn in ganz Jerusalem sehen. Das sah besonders im Dunkeln richtig schön aus. Die Juden waren stolz auf ihre Feste, auf ihre jüdische Abstammung und darauf, dass aus ihrem Volk einmal der Messias kommen würde. Dass Jesus der Messias war, glaubten sie nicht. Sie sahen die Wunder, die er tat. Sie merkten, dass er die Schriften kannte wie kein anderer, aber sie hassten ihn. Das Leben wurde für den Herrn Jesus immer gefährlicher, weil die Juden ihn schließlich umbringen wollten. Mama, haben sie deswegen Jesus gekreuzigt, weil sie ihn gehasst haben? Fragt Katharina. Ja, der Herr Jesus hat ihnen gesagt, dass er Gott gleich ist. Diese Tempelbeleuchtung am Ende des Laubhüttenfestes war ihnen bestimmt noch in Erinnerung. Aber der Herr Jesus sagt ihnen, dass er das Licht ist. Weißt du, was ich bin noch bedeutet? Nein, Katharina schüttelt den Kopf. Mama erklärt, es ist der Name Gottes. Sein Name ist, ich bin. Ja, das fällt mir jetzt ein, ruft Katharina. Damals beim brennenden Dornbusch hat Gott dem Mose gesagt, dass er zum Pharao gehen soll. Genau, da nannte Gott dem Mose seinen Namen. Sein Name ist, ich bin. Aber das lesen wir morgen, ja? Für heute ist genug. Na gut, dann wollen auch wir Katharina jetzt schlafen lassen. Und bevor wir uns unseren heutigen Vers noch einmal anschauen, sage ich euch auch, wo ihr die Bibelstelle findet, wo Gott Mose seinen Namen sagt. Es ist in 2. Mose 3, Vers 14. Und nun zum Schluss noch einmal unser Vers. Wer mag, kann ihn gerne mitsprechen. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12.